Yo, StarCraft 2 Freunde, wir sind im nächsten 1 gegen 1 Ladder Game, ja letztes Episodchen, also das was ihr vermutlich gestern gesehen habt, das war natürlich ein super Quickie, weil der Gegner sofort aufgegeben hat, wir haben hier einen Terraner mit Zergbildchen, ist das Diamant? Ich denke mal das ist Diamant, weil es so ein bisschen bläulich ist, aber ich glaube, das ist Platin hier. Wir werden es sehen, Terraner ist natürlich schwierig, da lose ich immer gegen die Tanks ab, hier ist die Echse auf jeden Fall, Echse first, Ich mache einfach mal Echse first, so, ohne, Overlord, den Overlord schicke ich hier hoch, glaube ich, Und dann wird Zeit für den Pool, ganz schnell, ganz wichtig So, wie gesagt, mit der Drohne scouten tue ich nicht, ich weiß, das ist nicht gut, aber Da fehlt mir momentan noch das Micro für, dafür bin ich zu lange raus Aus dem Game, so, jetzt hole ich mal einen Gas Und eigentlich müsste doch, wenn der Pool fertig ist, auch die Echse fertig sein Für die Doppelte Queen Drei Drohnen ins Gas, Queen 1, Queen 2 Und direkt nochmal einen Overlord dahin geschickt, gebaut und dahin geschickt So, jetzt wird Gas gemindet Und gedronet Jetzt kann ich auch schon beide Dronies dahin schicken Noch mal Zeit für den Overlord, 25 Supply Ah, ich habe mal ein gutes Gefühl, ich habe mal ein gutes Gefühl So, jetzt habe ich 100 Gas Ich glaube, ich mache erstmal einen Layer Doppel Queen ist da Vielleicht mache ich in der Tat noch eine Queen Noch eine Queen Und Oh ja Oh ja Oh ja Okay, das ist gar nicht gut Ich habe, ich habe es geahnt, ne? Ich habe noch gesagt, ich habe ein ungutes Gefühl Das ist mein ungutes Gefühl Ich habe schon Speed Upgrade im Kommen, ne? Das ist natürlich schlecht Nein, jetzt habe ich mich auch noch geblockt, Mann Das ist natürlich eine Katastrophe Das darf nicht passieren Je länger ich warte, ne? Mit der Proxy hier unten Das ist eine Katastrophe, ist das Ja, das ist eine Katastrophe Da muss ich jetzt ein Go machen Ne, das war's GG Verloren Äh Richtig schlecht gespielt von mir Leider Leider Leider, leider, leider Richtig schlecht gespielt Schade Wir brauchen mehr Mineralien Wer kann ich denn nicht healen? Womit geht das denn nicht? Steh Nichts Ah Ahhhhhhhhhh Unsere Streiche brauchen wir für Spengas Wir brauchen mehr 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 für Spengas